Musik Sonja Draxler, Remax Nature, Liertzen, grüßeng. In dem Video zeige ich ein nettes Wohnhaus in Grosreifling, Nähe St. Gallen. Die Immobilie verfügt über ca. 140 Quadratmeter Wohnflächen. Das, was sich in zwei Stockwerke aufteilt, wobei jedes Stockwerk einen eigenen Eingang hat. Kommt mit, ich zeige euch die Immobilie. Bis zum nächsten Mal. Die Immobilie wird teilt, möbliert, übergeben, inklusive den gesetzten Kocheofen mit Back- und Kochfunktion. Musik Abgrundet wird zusätzlich die Immobilie. Immobilie durch deinen schönen Stall. Koffer packen und einziehen ist das Motto von der Immobilie. Wenn es Ihnen gefallen hat, kontaktiert Sie mich oder den zuständigen Makler. Bis zum nächsten Mal. Fiat euch! Musik Hallo und grüß euch, da ist der Schwab Macker von Remax Nature. Ich bin heute in Gröpning und darf euch eine ganz tolle ca. 61 Quadratmeter große Wohnung vorstellen, die einen herrlichen Blick über Gröpning bietet. Kommt mit, ich zeige es euch. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. So, mit diesem wunderbaren Blick über Gröpping und auf den Griming darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Wenn ihr eine Besichtigung machen wollt oder fragen habt, bitte meldet euch einfach bei mir. Und übrigens, die Einrichtungsgegenstände und das Mobiliar, das ihr im Video gesehen habt, ist im Preis inkludiert. Das heißt, das bleibt in der Wohnung drinnen. Die Kontaktdaten findet ihr jetzt im Anschluss an das Video. Dankeschön. Good thing.